Servus, Willkommen zu einer schönen gemütlichen Runde mit Liebe, Dein es geht. Ich habe einen Tipp, viele Tipps, liebe Tipps bekommen von einer Facebook-Gruppe. Dafür müssen wir uns das ganz lieb bedenken. Endlich haben wir eine Starfe, weil wir immer noch andere hätten. Aber damals war die liebenden Rieselstörungen der Gruppe in Facebook. Hat mich sehr gefreut. Oh, ich glaube, da sollten wir mal mit dem Hammer rangehen. Machen wir später. So. Und zwar, finden Sie, ist das bei, dass... ...mütlich. Zumindest gefühlsmüßig, gemütlich. ... 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 Da war er wohl so schnell auf ein E. So. So. Und wir haben sogar noch bisschen Geld übergelegt. Für die Steuern oder für solche Einkäufe. Die sind dann putzig. Und dann müssen wir dann so lange warten. Und wir haben das eigene Kameezuschen. Er geht nach Hause. Das ist noch an Bord. Sehr gut. Dann, vielen Dank, dass du mir die E. Ähm, das Abendverdaufters. Und wir reiten den Mönchelwind nach Hause. Und gucken nach den Resten. Wir sehen uns schon im Nackenüberbrenner. So. Es ist angekommen. So. Jetzt ist es in den Laden. Nach der Mammutur. So. 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 Jetzt müssen wir auch. Wir gucken. Ähm. Ähm. Sorry. Ähm. So. 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 Eppim- So, dann gehen wir mal in die Seine, ich habe eine der einige Sachen gefunden, dass wir echt gut gebrauchen können. So, hier haben wir Eisenbacken, das heißt, wir können das unterlesen, wir haben jetzt Winter, das heißt, wir haben, wir sagen, genau, wir fangen mit Winter an, das heißt, wir bauen. Exigate oder was. Gut, wir bauen jetzt die Scharf-Stuhr. Und wir sollten auch mal gucken, was wir mit diesen dummen Hacken, wenn man 9.855 Einheiten dumm braucht. Warum nicht? Die werden ja bei den Leser gelegen, halt, einfach abstoßen. Ja, das bringt uns ja nicht. Also, wir haben nur viele Schwerchen. Und wir holen ja gar nicht mehr drüber. So, wir haben ja gut breiter, kann man lassen. Das können wir auch lassen. Das können wir lassen. Das können wir auch erst mal in so eine Lager, eine Lager. Das können wir auch erst mal in so eine Lager, eine Lager, eine Lager, eine Lager, eine Lager, eine Lager, eine Lager und eine Lager. Und wenn ihr aufzuziehen seid, wird es ähm, ganz klar, ähm, ganz klar, ähm, den Punkt zum, zum mal bearbeiten. Und wenn das sehr gut läuft, dann würde ich auch sagen, dass wir im nächsten Monat, ähm, im nächsten Monat, ähm, im Jahr, im nächsten Jahr neu, äh, in einen Verkaufszenten werden. Mit, äh, in den nächsten Monat, ähm, in den nächsten Monat. Und das weiß ich noch nicht. Genau. Das weiß ich noch nicht so genau. Wie das läuft, dann. Der Radius flippt ein ganzes Haus mit. Und dann wird es eine kleine Blendase kürzen, Kürzblendase machen. Ich glaube da mal auch noch mehr, ich glaube da mal mehr. Ich glaube die neuen Töten kann man wirklich ganz easy abzahlen. Obwohl die Leinen gar nicht mehr behalten können. So, das heißt gleich bei Berasi. Und dann bin ich ausmischt in der Berasi. Er glaubt er trinkt wie viele, obwohl diese drei Säge wiegen nix. Die lieben absolut nix. So, er glaubt da war's. So, dass man nicht schweißen kann und schnübeln. Aber die sind ja weniger. Aber kein Mensch. So, ich soll sagen, wir gucken jetzt nochmal, dass wir jetzt noch bauen können. Ja, ich denke, ich glaube, der Berasi erstmal was essen sollte. Okay. So. Einmal in den Faceball. So, also die Faceballstete, die sollten wir auch mal freifalten. Die blieben sehr genauso gut da rein. Wie. Was war das? Ich hab'n Eindruck. Was ich glaub' auch. Ich hab' die Bitte noch mal. Okay. Der Berasi ist immer noch ein Geräusch. Also, denk ich. Ich hab'n Eindruck bekommen. Okay. Ich hab'n Eindruck? Gut, den trefft mir jetzt kurz, aber erstmal kurz über den Leinenfahrten und den Leinenfahrten zurück nach dem Baumauern. Ja, schön. Ich glaube, wir haben eigentlich einen Gasefall Kusama erzählt. Ja, ich glaube, dass wir diese da wirklich sehr, sehr gut ausgehalten haben. Dann machen wir nächsten, wie dieser auch vielleicht, neben der Kussmann, da wie die Pflaumenbeine da stehen. Wenn wir jetzt auch Bock drauf, dann können wir irgendwann mal Pflaumenbein machen oder sowas. So, und jetzt ist es cool. Da rach ich erstmal den Dressa-Raus in Triss. Und ich habe jetzt brauche meine Augen noch. So. 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 Sie hat fertig gedrommen. Und wir haben heute teilweise wie gesagt. So ist es gleich viel. Mal sehen, was wir da machen können und was wir da erreichen können. Aber jetzt noch mal eine reiche Kost. So. Witzkeiten. Mensch, was soll ich sagen? Okay. Es ist das. Naja, das wäre ganz praktisch, wenn wir punkten aber ein. Dann guck mal beim nächsten Mal, wenn du zuerst helfen willst, erstmal die Drahtkraft von unseren Erektier, von unseren Jesussen. So, das wäre es dann wieder. So, gerade willst du hier als Lachtdorf arbeiten, das gibt es dann nicht mehr so oft. Du weißt ja, deine erste Frau ist ja auch deshalb abhandengekommen. Und dann muss man was machen, was du hier und in einen Baumeister zu wohnen. Wo ist ein neues Haus bauen? Ich würde sagen, ein neues Haus bauen und dann, ja. Wir hätten hier wohl einen neuen Mitarbeiter suchen, der sowas übernimmt. Und dann, wenn du hier ein neues Haus bauen willst, der sowas übernimmt. Und dann, wenn du das nicht mehr willst, wenn du das nicht mehr willst, was du willst. Morgen könnten wir es nach oben ausbauen und gehen. Und wir verlinken das auf die nächste Farbe. Und bauen, das wir dann vorbereiten. Dass wir in der Farbe wieder nur noch ein, zwei Flüge machen können. Denn A4 war ja auch dabei beim Hausbau. Ich glaube das ist ganz gut so. Wir wollten aber auch erst merken, dass wir noch bauen können. Ich glaube wir haben jetzt eine Kuhswelle, die wir noch bauen. Aber das wird nicht ein Winterprojekt machen. Also einen Stall habe ich. Da kann man dann vielleicht nochmal ein Pferd dazu kaufen. Und dann würde ich gerne noch den Bienenstock sehen. Das wäre auch nochmal was, was ich gerne sehen würde. Und bevor ich die Folge beende, würde ich sagen, du musst mal den Bauplatz ein, wo das Haus bringen könnte. Das war es für einen. Eingang ist ja. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, das war's. Und jetzt bist du ngert. Das war's. Dutzut. Ja, da, wie immer. K Ich versuche jetzt doch mal. Das war's. Oh, wir werden das, was mir noch ge재ht. Ungefähr, ja. Immer bin ich gleich. Lassen. Ja. Und diesmal allgemein ich noch mal ein Haus setzen. So. Ja, gut, die Bäume müssen weg. Das machen wir dann auf Stream. Und wir fangen mit. So. Wenn wir das auf Stream machen, oder wir bauen, wir haben ja auch hier dabei. Ich hoffe, wir haben ja auch schon. Ja, ich hab schon. Es ist ja in Haus in Don. Und wir haben ja. Was ist denn das? Es wird auch nicht so akkurat, aber. Ja. Was ist denn das? Es wird auch nicht so akkurat, aber. Und das war ja. Und das war ja auch. Wir haben ja auch noch eine Lieblings-Gangartin. Ja, ich hab ju. Und das war ja noch. Wie bitte? Ja, cool. Wir haben die Schenke vielleicht beigeschaltet. Lass uns einmal das Haus bauen, dann die Schenke und dann, ja cool. Wenn ihr freut mich, seid gerne, seid gerne berückt und da könnt ihr auch in Teilhagen gehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Passt auf euch auf. Bleibt gesund und wir sehen uns. Ciao.